servus meine zukünftigen billigen millionäre hier sehr und vielen dank fürs einschauen und vorbeischauen ich starte hier gleich mal rein also letztes falls ihr neu hier seid oder euch es noch immer nicht überlegt habt oder euch noch nicht angeschaut habt leute crypto conference ich freue mich und hoffe dass es so klappt wie wir es uns vorgestellt haben sehr viele community mitglieder und natürlich auch sehr viele content creator und dessen community mitglieder also alle auf einen haufen geballte power an crypto knowledge würde ich mal sagen richtig geile location ihr wisst bescheid und alles weitere findet ihr unten in der video beschreibung ein extra video dazu habe ich gemacht wo er wirklich alles sehr schön sieht ansonsten noch sehr gerne schaut hier auch vorbei auf meinem zweiten kanal crypto multiversum habe ich das ganze genannt dieser channel wird auch nur von mir verwaltet sieht noch ein bisschen mal aus wird alles noch weitere kommen auch mein podcast wird über diese channel hier laufen also sehr gerne hier auch abonnieren und ja ansonsten ihr wisst wie ihr den algorithmus bei mir pusht also ich bedanke mich auf jeden fall für eure unterstützung leute wie gesagt ich hau hier euch gleich auf den aktuellsten stand frisch aus der druckerpresse wie ich es immer sage ja robert kiyosaki was hat er hier uns getwittert leute schätze robert kiyosaki wirklich sehr 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 hoch an tschüss bitcoin und us dollar was meine city bank gab heute bekannt dass sie bank blockchain technologie anbietet um institutionelle ersparnisse in city bank token umzuwandeln brutal interessant in welche richtung es hier bezüglich den banken geht und banken block chain ripple xrp da war doch was okay die für sofortige grenzenbeschreitende transaktionen grenzenbeschreitend schreitend da war doch auch mal was ja gut okay rund um die uhr verwendet werden können tschüss bc und us fragezeichen also mit bc meint wahrscheinlich btc und us dollar also leute der us dollar hat es wirklich nicht leicht leicht seit dlt das ist der wahnsinn oder oder ist nur ich so also man hat brutal angst also amerika an erster stelle logischer weise hat hier komplette angst dass hier die us dollar einfach so eine fett krasse konkurrenz bekommt mit dlt und mit btc unter anderem und die briggs staaten und so weiter aber was habe ich hier diesbezüglich also bezüglich dem tweet von robert kiyosaki hier noch getwittert und was ist wenn ich jetzt sage hallo xrp mal gucken ob die city bank hier oder beziehungsweise ripple payments sie haben sich umbenannt benutzen würde ultra interessant welche richtung die banken einschlagen leute es ist wirklich ultra interessant wenn wir immer wieder die verschiedensten aussagen bezüglich regierungen bezüglich banken bezüglich keine ahnung riesengroßen persönlichkeiten wie zum beispiel war ein buffett okay er hat seine meinung zum beispiel noch nicht geändert bezüglich bitcoin oder dlt allgemein aber er investiert im hintergrund wiederum in solche unternehmen die dlt dann benutzen aber gut das ist wieder was anderes so oder so ultra bullisch für dlt also gibt es die struktur der technologie crypto world grüße gehen raus war not also wieso sollte city bank hier nicht odl benutzen ja das ist die big big frage hier meine willigen crypto freunde schauen wir mal wirklich wirklich in welche richtung hier die banken gehen aber ich meine es ist die city bank leute ist ist keine kleine adresse und keine regionale bank sondern wirklich eine big bang also geht es gleich weiter hier zwar david schwarz egal er hat irgendwas hier getwittert übrigens dann geht raus an toto der mich hier immer wieder markiert also vielen vielen dank so kriegt man natürlich sehr vieles mit auch wenn ihr mich auf twitter verfolgt kommentiert gerne ein tweet von irgendwem und und markiert mich und ich schaue mir das sehr sehr gerne an so bleibe ich natürlich auch mehr aktiv und kann auf die verschiedenen themen für euch reagieren zum beispiel so und ihr wisst ja max kaiser also ich kann jetzt hier nichts mehr von ihm sehen ich habe ihn blockiert es ist unfassbar deswegen auch meine überschrift im thumbnail zum beispiel wieso die falschen leute mehr aufmerksamkeit aufmerksamkeit bekommen ist so irrational das ist der wahnsinn okay also ich weiß der am meisten entertaint der bekommt auch die aufmerksamkeit der bekommt auch diesen hype weil er im entertainer mehr oder weniger ist kein rational denkender investor kein keiner der eigentlich so viel mehr wert bietet durch sein rationales denken durch seine erfahrungen im investieren weil er wirklich ein investor ist oder so fungieren möchte und so sich auch präsentiert weil er fundiertes wissen hat weil er tiefen deep dive macht weil er wirkliche recherche macht und nicht weil er hier langweilig also weil ihm langweilig ist und dann hier irgendwas raus hat beziehungsweise ist es kacke egal ob es jetzt max kaiser ist gegen xrp oder zum beispiel einer einer aus dem xrp community gegen btc ist ist mir scheißegal ich möchte einfach dieses rationale dieses objektive dieses unvoreingenommene leute das möchte ich bei irgendjemandem sehen und die meisten die wirklich so unvoreingenommen sind oder auch wirklich dieses deep dive wissen haben sind doch die entwickler selber von den jeweiligen projekten hier soll man sich natürlich auch nicht nur den entwickler vom vom xrp ledger zum beispiel anschauen nein natürlich viele 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 verschiedene entwickler deswegen habe ich mich auch dazu entschieden zum beispiel solche wie max kaiser zu blockieren solche fomo und fadmaker und natürlich auch mich dafür entschieden solche entwickler zu folgen auf twitter zum beispiel oder in verschiedenen foren oder auf telegram etc etc weil ich dort mein fundiertes und fundamentales und tiefes wissen halt mir umsonst aneignen kann ja oder was heißt aneignen ich kann es mir umsonst anschauen und hier speichern oder halt eben zusammenfassen für euch und genau denen wird es einfach nicht vergönnt also die die aufmerksamkeit wieso weil sie halt eben nicht stark genug entertainen also worauf will ich hinaus hinaus max kaiser hat hier irgendeinen scheißdreck vom david schwarz 1991 patent twittert habe ich in meinem letzten video für euch zusammengefasst wo ich max kaiser ja live für euch blockiert habe also er hat da ein patent getwittert vom david schwarz von 1991 und hat gesagt xrpl oder xrp ist zentral so und wolf of golden street hat hier gesagt können sie max kaiser zu den zentralisierten xrp ansprüchen antworten hat er den david schwarz gefragt und es war genial wie schwarz hier sowieso schon von anfang geantwortet hat ich konnte keine schlüssige behauptungen finden die darauf antworten könnte gibt es einen bestimmten tweet der eine tatsächliche behauptung aufstellt sie wirken alle nur wie zufällige behauptungen gemischt mit beleidigungen genau so und nicht anders ist es hier zu sehen leute geht weiter wo finde ich ein gutes beispiel für das worauf sie sich beziehen so wieder die antwort von wolf of gold street befähigt xrp wirklich die obersten ein prozent die die das haupt xrp system kontrollieren also kontrollieren wirklich nur die obersten ein prozent den xrpl kann das dhs xrp hacken heimatschutz ministerium ja und nummer drei können sie aus dem patent den schluss ziehen dass xrp mit einem zentralisierten design erstellt wurde von dem nur die obersten ein prozent profitieren also diese fragen sehe ich ja auch schon dass wolf of gold street hier kein plan vom xrpl hat oder er stellt sie halt wirklich nur weil das mehr oder weniger von von max kaiser so behauptet worden ist hier was war zuerst bitte sie oder schwarz patent hat satoshi jemals ein kommentar zu xrp abgegeben der ihnen bekannt ist dies sind einige seiner behauptungen okay jetzt kommt die etwas längere antwort von uns dann david schwarz befähigt xrp wirklich die obersten ein prozent dieses haupt xrp system kontrollieren fragezeichen ich bin mir nicht sicher ob ich diese behauptung verstehe die oberen ein prozent von was genau xrp ermöglicht es jedem der das hauptbuch nutzen möchte den besitz und austausch von vermögenswerten zu verfolgen von welcher art von kontrolle spricht er genau ja open source dezentralized wir kennen den xrpl und falls nicht dann xrpl.org schaut euch an die xrp bibel wie ich es sehr gerne nenne kann das dhs xrp hacken also das heimatschutzministerium ich bin mir nicht sicher was ein heck von xrp überhaupt bedeuten würde der inhalt des hauptbuchs ist öffentlich also wie gesagt open source die regeln sind öffentlich bedeutet das dass sich der hauptbuch inhalt geändert hat und nicht den regeln entspricht ein fehler in xrpl könnte es jemanden ermöglichen dies zu tun und es wäre ein großes durcheinander das hauptbuch zurückzusetzen wie bitcoin es 2013 tun musste ja genau natürlich ist kein solcher fehler bekannt und jeder ausgenutzte fehler wieder behoben so dass man ihn nicht zwei mal auf die gleiche weise hacken könnte punkt nummer drei können sie aus dem patent den schluss ziehen dass xrp mit einem zentralisierten design erstellt wurde von dem nur die obersten ein prozent profitieren eigentlich haben wir es jetzt schon gehört ich kann keinen wirklichen zusammenhang zwischen meinem patent und dem xrpl design erkennen das patent zieht darauf ab gestrandete cpu leistung zu nutzen die andernfalls verschwendet würde aber die technologie entwickelte sich nicht so wie die meisten leute es erwartet hatten und das patent wurde größtenteils irrelevant ja also dieser blöde unsinniger max kaiser hat einfach nur irgendein patent von david schwarz damals genommen und hat seinen namen halt benutzt weil david schwarz ist ja gleich xrpl und hat hier zugunsten von oder zugunsten von btc oder einfach gegen xrpl das ganze verwendet fertig aus was war zuerst btc oder schwarz patent erinnert mich an was war zuerst das ei oder sohn mein patent stammt aus der zeit vor btc also 1991 aber die wichtigste erkenntnis bei btc war die verwendung von arbeitsnachweisen zur lösung des double spending problems auf dass sich mein patent nicht bezieht so also komplett irrelevant und komplett was anderes fünftens hat satoshi jemals einen kommentar zur xrp abgegeben der ihnen bekannt ist nein er hat zwar einen kommentar zum ursprünglichen ripple pay system abgeben aber ein nativer vermögenswert xrp ist der wesentliche technische unterschied zwischen xrpl und dem ursprünglichen ripple pay system und den xrpl gibt es bekanntlich seit ja ich glaube juni 2012 so und hierzu wie gesagt vielen vielen dank nochmal an toto und hierzu mein kommentar das zeigt einfach dass ich das richtige denke und gemacht habe über leute wie max kaiser nämlich einfach blockieren das hier muss einfach free bleiben und das hier darf einfach nicht vergiftet werden von solch überflüssigen gedanken die einfach null bedeutung haben so nichts objektives oder rationales bei seinen aussagen dabei keine recherche und keine tiefe ins detail einfach nur sekten denken und nichts geht über btc ja das heilige btc so es braucht keine sau bezüglich investitionen bezüglich investieren oder bezüglich investen ja schade dass generell weniger auf entwickler gehört und geschaut wird die tatsächlich ahnung haben und mehr hype über solche opfer gemacht wird egal um welches projekt projekt es geht ja hier muss nicht btc vs xrp sein egal xy vs xy und die tatsachen oder fehlende recherche fehlende tiefe einfach zugunsten irgend wem verschoben verdreht das sein projekt oder sein lieblings projekt einfach gut aussieht ne um diesen gedanken geht es mir leute danke fürs markieren die antwort von schwarz habe ich noch nicht gelesen top 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 also von daher leute genau diesen gedanken wollte ich euch einfach mal hier unbedingt mitnehmen dass hier einfach auf solche gedanken und solche aktionen solche tweets und solche news einfach acht gibt und hier wirklich objektiv rational und einfach mit einem gesunden menschenverstand an die sache rangeht wieso schreibt so einer sowas einfach alles hinterfragen so let's go weiter ich muss mich hier natürlich auch wieder mal selber loben ich weiß selbstlob stinkt aber leute ich sage euch immer das fundamentale und was wird gelöst wie ist das dlt projekt an sich aufgebaut und was möchte jetzt schon heute oder in der zukunft lösen und wie kann er das lösen wie wird es dann schlussendlich akzeptiert steigt der preis was sind die aktuellen news dahinter und die aktuellen aussagen von regierungen bis was wir jetzt gehabt haben von influencern und 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 großen investoren oder sonst was keiner weiß es keiner weiß sowas das aktuelle oder die aktuellen daten können sich so schnell ändern einfach als investor musst du dich natürlich aktuell halten alles gut perfekt aber halte dich an den von an die fundamentalen daten und projiziere es in die zukunft und so nur so lässt du dich nicht beeinflussen was haben wir 2018 gehabt china will mit einem devisenverbot jeglichen kryptowährungshandel abschaffen bam ok china erklärt alle kryptowährungen des transaktionen für illegal 2021 so und nun das shanghai people skirt in china hat in einer ankündigung bitcoin trotz des offiziellen verbots von kryptowährungen als eine einzigartige digitale währung anerkannt leute hier das offiziell offizielle aber da wir kein chinesisch können habe ich jetzt einfach mal hier von binance feed genommen wegen der seltenheit weltweite akzeptanz und monetäre eigenschaften wurde hier btc als offizielle er einzigartige digitale währung anerkannt das sind punkte bei btc ich weiß nicht also meiner meinung nach allgemein wie bei derivaten zum beispiel ist auch wegen den zentralen exchanges gibt es wahrscheinlich schon mehr viel viel mehr wie nur 21 millionen btc aber das ist jetzt ein anderes thema weltweite akzeptanz naja weltweite haben wir natürlich noch nicht aber das aushängeschild ist natürlich btc bezüglich dlt alles gut diesen gedanken hat man hier in china wahrscheinlich dann halt auch ebenfalls verfolgt also btc soll jetzt laut gericht im rechtlichen kontext als persönliches eigentum betrachtet werden ja die politik chinas ändert sich aber hier nicht leute da das kriptowährungsverbot nach wie vor in kraft ist ja wie hier vor news von 20 21 es stärkt jedoch die rechtliche position im zusammenhang mit bitcoin besitz innerhalb der bestehenden einschränkungen also wir wissen bescheid china hongkong etc asian allgemein haben richtig geile pläne bezüglich dlt und somit muss china hier irgendwie ja auch diese richtung gehen aber wie gesagt china ist schwierige politische lage wie man china halt kennt und dieses freie und dezentrale passt ihnen halt einfach trotzdem noch irgendwie nicht rein ins haus also du kommst mir nicht ins haus so leute stress tests von solchen seat storage platten hier wurde 70 getestet also hier wurden 70 getestet echt recht recht interessant fand ich das metal bitcoin seat storage reviews verlinke ich euch unten in der beschreibung sehr interessant athenuo ist hier ja das beste was hier getestet worden ist oder was nach den tests am besten anschein abgeschnitten hat könnt ihr euch mal hier gönnen ich habe ja auch so eine platte von meinem kollegen alex damals gekauft also ffdk newsflash und ja hier gibt es sehr viele und anhand ja overall grade heat grade korrosion grade crush grade und preis und ja dementsprechend schauen wir zum beispiel mal den letzten hand still disk ja schaut jetzt auch nicht so schön aus nach den tests zumindest und ja falls ihr euch so eins gönnen wollt um eure seat phrases oder wörter halt aufzuschreiben dann könnt ihr euch anhand dieser liste wo ich mal ein bisschen wenigstens orientieren fand ich sehr sehr interessant vor allem ja ja wirklich so eins braucht oder was ich gönnen will hier die verschiedenen tests so und dann komme ich zum schluss hier noch zu aleph de zero es geht hier um ein rundum paket namens a zero punkt live das vom ökosystem founding programm von aleph zero gefördert wurde sehr 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 interessant aber worum geht es natürlich hier der co-founder anto solziak selber schrieb hierzu a zero punkt live ist eine von der community betriebene initiative es gibt es schon seit einiger zeit und es hat sich für aleph zero benutzer als äußerst praktisch erwiesen mit der zusätzlichen unterstützung durch das aleph zero ökosystem funding programm wollen die entwickler die echtzeit überwachung alarmierung und bereitstellung wichtiger netzwerkdaten weiter verbessern wir freuen uns auf das wachstum der plattform finde ich sehr gut und interessant es ist ja logischerweise sehr sehr wichtig und schön da und oft schön daten daten allgemein sehr wichtig und dann also hier was ändert oder alarmieren das passiert oder sonst was finde ich gut dass man hier aleph oder a zero punkt live hier ins leben gerufen hat sozusagen könnt ihr euch mal hier rumswitchen unten in der beschreibung auch hierzu die quelle und aleph zero allgemein bin ich sehr 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 gespannt ihr wisst ja dass ich in thomas challenge auch a zero hier mit reingenehm habe zu meinen top vier challenge coins ist a zero auch unter anderem dabei recht neues projekt hohes potenzial und noch keinen bull run miterlebt also von daher so meine gedanken dahinter und dann gucken wir mal so freunde that's it ich hoffe euch hat's gefallen und ich wünsche euch weiterhin eine geile woche und ich hoffe natürlich wir sehen uns auch im nächsten video und ansonsten weiterhin klug investieren leute lasst euch von solchen leuten auf twitter oder sonst wo welchen plattformen nicht beeinflussen bleibt auf dem aktuellen schaut so objektiv und rational wie ihr einfach nur könnt und euch im kopf möglich ist übt euch in diesem ganzen dingen und so könnt ihr meiner meinung nach am besten entscheidungen treffen und in situationen auch reagieren also tschau tschau weiterhin klug investieren euer wohn. Peace, peace.